Ich muss noch das letzte Kapitel meines Buches beenden. Was war das? Wednesday, hallo! Wie geht's dir? Ich hab dich vermisst. Oh, bitte, lass mich in Ordnung. Ich mag es nicht, wenn du mich umarmst. Ach, komm schon. Zweimal rechts abbiegen und ich bin da. Hallo Mädels, ich bin Mike. Ich bin Wednesday. Wie auch immer. Hallo, ich bin Mike. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich heiße Annette. Wollen wir Freunde sein? Und das ist mein Einhorn. Die Challenge beginnt. Also, mal sehen. Hörst du auch diese komischen Geräusche? Komm, wir machen das auf. Ach du meine Güte, das sind ja Kakerlaken. Boah, hab ich mich erschrocken. Nehmt euch eure Karten. Ich soll sie lecken? Kein Problem. Oh nein, wieso das? Ich darf aufsetzen. Hurra! Wie blöd. Wednesday, bitte fang an. Kein Problem. Hey, wo willst du denn hin? Komm sofort zurück. What? Ich hab gesagt, komm zurück. Oh mein Gott. Wednesday, das ist doch total grausam. Geht's dir gut? Oh, was für ein armes Ding. Jetzt wein doch nicht, Annette. Wednesday, mach das nie wieder. Na, du wirst mir noch Danke sagen, wenn du erstmal dran bist. Ich bin fertig, Mike. Oh nein. Bitte, Annette. Beruhig dich, ich hab eine Idee. Ich werde diese Kakerlake wieder zum Leben bringen. Einen Moment. Wir brauchen einen Strumpschlag. Ähm, nee, das hat nicht funktioniert. Immer mit der Ruhe. Ich probier's nochmal. Oh, was soll das denn? Oh je. Jetzt wein doch nicht, Annette. Wir werden diesen Insekten nie wieder was tun. Och, der Arme. Hier ist hier nur ein Stück Kohle geblieben. Das war überhaupt nicht lecker. Annette, Annette. Hey. Darf ich bitte anfangen? Hurra, danke. Was für eine schöne Torte. Nicht so schnell, Leute. Ich hab mir zuerst die Karten. Oh, ich darf das Ding ablecken. Mann, und ich muss aussetzen. Wie blöd. Ha, ha, ha. Ja, das freut mich. Das riecht ja toll. Wow. Oh ja, das ist mega lecker. Zu schade, dass ich die Torte nur ablecken kann, aber nicht reinbeißen. Aber ich hab mehr Glück gehabt als Mike. Ich liebe diese Tränen. Ach du meine Güte. Jetzt ist die ganze Torte voller Spucke. Ich bin kitty cat. Aber das macht nichts. Ich habe einen Plan B. Was ist das? Mir geht's gut. Oh mein Gott. Glaub ich. Wednesday, was hast du denn vor? Wieso hast du da Blumenerde drüber gelegt? Wie eklig. Also ich finde, jetzt sieht diese Torte viel besser aus. Da möchte ich reinbeißen. Oh ja. Also. Wie geht's? Sie ist Erde. Ich muss auch gleich kotzen. Das ist keine Erde. Das sind Schokokekse. Darf ich anfangen? Nein, ich. Alle machen das zusammen. Oh, Cola. Leute, ihr habt schon wieder die Karten vergessen. Toll. Ich darf reinbeißen. Jetzt gib das her. Mike darf das Ding wecken. Und Annette muss aussitzen. Oh Mann. Wie blöd. Ich liebe Cola. Also, lass mal anfangen. Hey, wieso kommt da nichts raus? Wow, das ist ja gar keine Cola. Das ist Cola-Gelee. Wie lecker. Mike, du übertreibst es jetzt aber. Okay, wenn du nicht aufhörst, werde ich dir helfen. Boah, wie lecker. Ich soll hin. Hm, voll epic. Ich hoffe, hier ist noch was übrig. Oh Mann. Wie blöd. Eiskaltes Händchen. Ich brauche hier deine Hilfe. Los, drück das Gelee raus. Na also, super. Oh mein. Let's go. Oh, das schmeckt tatsächlich richtig gut. Yum, 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 yum. Das hast du gut gemacht. Du kannst wieder gehen. Jetzt gib mir meine Cola. Ups. Ah, was ist das? Ein abgetrennter Arm. Haha, wie lustig. Rettet mich. Eine, meine, Mistel. Skrabbelt in der Kiste. Hey. Wow, es gibt Nudeln. Hey, wo sind denn die Karten? Ich nehme die hier. Zu schade. Yeah, ich bin der Glückspilz hier. Hurra, das nenne ich Glück. Also, ich werde erst sein. Moment mal, wie soll ich denn dieses Stäbchen halten? Okay. Ich habe den Dreh raus. Das riecht so appetitlich. Oh ja. Voll lecker. Und ganz schön scharf. Oh nein. Das sind ja mega scharfe Nudeln. Wo soll ich jetzt machen? Ich habe eine Idee. Gut, dass ich immer einen kleinen Kühlschrank mit habe. Oh mein Gott. So gut. Oh nein, meine Zunge klebt hier fest. Leute, könnt ihr mir helfen? Schieb, zieh dran. Danke, Kumpel. Schieb ist gut. Was ist denn los? Deine Zunge. Oh. Tatsächlich. Ich muss mich sofort einrollen. Fertig. Mike, ich wünsche dir Glück. Lass mich mal überlegen. Ich habe eine Idee. Wenn diese Nudeln so scharf sind, werde ich mir einfach ein bisschen Wasser in den Mund sprühen. Oh, und dann ist das nicht mehr so scharf. Oh ja. So kann ich das Feuer rechtzeitig löschen. Oh, was für ein Genie. Oh mein. Voll lecker. Oh nein. Was soll das? Ich habe kein Wasser mehr. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Hilfe. Willst du? Willst du? Nein, das ist nicht. Ah. Ist hier auch kein Wasser? Jetzt geht es mir besser. Die sind ja nur am Plaudern. Oh, wieder was Leckeres. Mal sehen. Ich habe Glück gehabt. Und ich? Ich muss aussitzen. Hurra. Ist ja toll. Also Leute, lasst uns anfangen. Und ich bin erst. Komm mal her, mein Leckerli. Ich habe eine richtig coole Idee. Ein Moment bitte. Ich möchte eine Live-Übertragung machen. Hallo Leute. Ich bin Annette. Und heute werden wir diese Schokolade probieren. Gebt mir ein Like, wenn ihr auch so eine Schokolade wollt. Mal sehen. Wow, das sieht richtig toll aus. Und riecht schön. Let's go. Oh, schau doch nur, wie viel Zillung da drin ist. Na, seid ihr bereit? Dann will ich anfangen. Ich muss zugeben, das ist richtig cool. Annette, ich werde deine Sendung unterbrechen. Wer auch immer. Wir sehen uns dann. Oh, wie göttlich. Oh, ich habe noch nie sowas leckeres probiert. Wir wollen auch was. Oh, wie göttlich. Das ist einfach göttlich. Was? Wo ist die ganze Schokolade hin? Okay. Die sollen den Moment genießen. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. Ich fang an. War es eine leere Kaugummi-Packung? Wie soll das denn gehen? Hat jemand den ganzen Kaugummi aufgegessen? Oh, wie geht's? Ich will gar nicht hinsehen. Lass uns besser die Karten schieben. Oh nein, ich muss das auch noch kaufen. Wie geht's? Ich habe Glück gehabt. Also, Annette, fang mal an. Äh, geht's. Nein, nein, nein. Ich will den Kaugummi nicht mal anrühren. Äh. Ha, du hast den Kaugummi weggeworfen, also. Darf ich aussetzen? Nein, nein, nein. Warte, ich werde ihn wieder zurückbringen. Hier, bitte sehr. Oh, wieso? Hast du das getan? Jetzt ist er auch noch dreckig. Wartet mal. Ich habe eine Idee. Ich werde mir diesen Kaugummi unter dem Mikroskop ansehen. Du, meine Güte. So viele Bakterien. So darf man den Kaugummi sicherlich essen. Aber dafür kann ich ihn sauber machen. Zuerst ziehe ich mir ein paar Handschuhe an. So, ich habe den ganzen Schmutz abgezogen. Jetzt muss ich das Ding nur noch desinfizieren. Der Kaugummi ist sauber und wie neu. Ach, komm schon, du Gänstel. Das war voll die gute Idee. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben und folgt uns am Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüssi, tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020